Schultz Diener und er braucht man aber vor allem und für die Städte der Kettbewerb Dienste zum die Schreiner und ich habe gesagt okay um die Falle von Bestand nicht jetzt in der Lage hier ist seine anderen Kuhl da und wie du oder nicht so die Menschen kommen wir haben in der einen ruhig schicken wir in dem du mal nicht mehr zu kommen dann nimmt vielleicht äh, ein Dorans Blade oder ein Longsword du spielst jetzt mal ein bisschen anders jetzt, dann spiel ich den Longsword und dann Pods ja, und ich glaub, ich geh auch mal mit dem Support Item, fang ich mal an ich hab 34 Start AP das Pods sehr gut, Paul ich weiß nicht, dass das von dir kommt und nicht von Alex I knew you would do that verstehst du es nicht die Anstellung? ja doch schon Dankeschön und ohne Witz, Silvia hat den geilsten Torn aller Zeiten Time flies like an Arrow to flies like an Anna nein, ich find Heimerdinger, das war schlechter Witz, aber er ist irgendwie äh, Paul süß, keine Ahnung I ich ähm für gewöhnlich stehst du, ich weiß, dass du mit Lena immer da du solltest als mit Lena hier 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 oder hier stehen weißt du, wo die Alessie immer stehen? nein, nicht im Alessie, aber wenn, sagen wir mal Alessie, you know? doch! Alex, ich bin mir das genauso ernst, ich werde schon ein bisschen dies geben, keine Panik auch kommst du mal näher zu mir? ich werde kurz googeln reicht mir nicht wahr, cool denn? Rengaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh erst du bisschen angeben ach weiß, was ich nicht so lange ich spiele nicht die Statt hat, kann ich kurz mal Loll neu starten, weil ich hab gerade einen ernst warte, du hochst zuerst du hochst zuerst wenn du an einem anderen nur kurz es müssen, dass er jetzt auch das neue Start will ich weiß, dass er weggewinnt hat, ist gerade aufgetreten, ja ich will, ja ja, der ist an der Stabliess statt auch verhängt was ist auch gut hallo So ein hellziger Soundbug, den ich mal nicht mal hab. Und wenn der nicht jeden hat, muss ich auf jeden Fall neu starten. Ähm, kann ich schreiben, dass ich mich mal in Ruhe lassen soll, dass ich keine Probleme habe. Nö. Schreib Bc. Wir haben eh gerade keine Gegner. Ja, und dann schreib's trotzdem. Schreib Bc. Das ist ein Abuserino. Gehst du? Abuserino. Wirklich kein Problem. Oh, ich hab's auf. Ich hab's auf. Ich hab's auf. Oh, ich hab's auf. Oh, you're not. I'm not. I'm not. I'm not. Good job. You suck. Fokus. Gart wird mal, wie langsam ist eigentlich Silie, bitte schön. Ich fand schon einen Reißer, den ich hab's schon. Gut. Ich hab's. You grab me on, Garson. I'm not. I suck. Ah, komm. Let's suck together. Hat die sich in hier gehabt, wenn sie jetzt... Let's suck together. Ey, das war mein Minion. Oh, got her. Urf. Du fielst so oft vor die Minions. Ah, verdammt, da hab ich gerade meine Ungeschlecht eingesetzt. Ich dachte... Gott, zwei. Dead. Lampe! Yes! Oh! Nein, warum... Ich wollte nach da laufen. Ich heiße Minions. Nein! Sona OP. Double for the Sona. Perfekt. Aber gut. Ich hab mehr Farm als dieser... äh, als der ADC von den Gegnern. Und nicht überraschend, weil sie zu blöd ist wahrscheinlich. Sona ist ziemlich stark. D schlimm. D schlimm. D schlimm. D schlimm. D schlimm. Mannen, glaubt Tore sie mal, du Arsch! D schlimm. D schlimm. Ich kann tot sein. Ja, ärgerlich. Was jetzt, für den Status? Dann lass sie gehen. Oh, voll in den Dip reingedasht! um auch die europäische Vorsicht für Tülle und die Sorge kamen doch zweimal besitzt an mir lag nicht er ist eure Schuld und ich habe auch nicht am Heimler gestorben Karpuznach und wenn man da drüben nicht ich wollte die Karte wenn sie dann herantraut nicht dumm also die Führer extra vor Ort haben zwei Punkte oder stelle ich hierin Und wenn sie dann hier so schön steht, dann kannst du sie schon wegwerben. So, jetzt, 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 jetzt! Oh, fuck, oh fuck. Oh, Max-Range-Hook! Ha! Haha, was sag ich? Ja, Mann! Aber das glaube ich, Max-Range, das war schon echt nicht mehr in der anderen Zeigen-Range. Oh, Gott! CK, wir haben uns die ganze Zeit TCG gesagt. Ok, ich seitdem der Heimer war, Ja, zum RUSSEN. Ohhohohoho, ohhohohohohohohoho. Der Fynn, den Trumpison öffnet! Die kommt wieder runter, so, by the way. Du hast ihn durch mein Schild gegrwebbed! Also durch mein... Wie viel Damage macht die? Äh, der Chugav könnte grad runterkommen. Hier ist die Esch, hier ist die Esch, hier ist die Esch. Okay, okay. Wir haben jetzt auch einen Turm kaputt gemacht, passt doch. Meiner. Die Zona, Mensch. Ja, die Zona, komm. Da ist noch ein Heimat-Donger, der hier hinten rumgehoben hat. Na und, warte, warte. Oh, schade. Ich dachte, dass Chugav schon irgendwo ranged ist. Schade, ich dachte, wir... Ganz ehrlich, dieses kleine bisschen... Oh, was schön? Ja, wirklich schön. It's a place. Und ich nach Loben, Enki. Er deser, Alex. Ah, wer auch immer. Pfff. Pfff, 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 pfff. Oh mein Gott, ich habe einen elektrischen! Pfff, 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 pfff. Was? Ich kann, ich kann, ich kann einmal auch schon nicht so lohnt. Warte, ich bin unterwegs. Der ist komplett in Neu. Der ist eh. Außerdem ist auch noch ne Ech. und ohne Jorgin und heilig ist was das in der Welt die Gruppe ist eigentlich kündigen Prozent auf Dombard kommt zurück oder hat er es lässt sich so hart abgedeckt dass ein Buch verfehlt hat das kommt zu dir zu gehen ja ich muss aufpassen gegen die Beinheit der Chance es ist aber auch Orte Tchux hat der Job zu kommen die Kommen vor dass er es entgegen er ist Ich hab zwar nichts ab... Gotta catch the Ash! Pokémon! Das schaffen wir! Ach, lol. Gonna catch him all! Verdammt! Uff! Kriegt den! Yes! Haha! Seht ihr meine HP? Seht ihr meine HP? Ja. Warfett, ich hab ne Ash bekommen! Ich hab auch mal die Ash gekriegt! Paul K fängt von her, die macht Damage! Ash! Ash! Ah, ich hab extra gewartet! Oh, Ash Ash! Oh, Show God! Oh, hallo! Tschüss! Ich wollte nur putzen! Ich putz hier nur! Ich bin jetzt putzen! Ich bin nur putzen! Ich geh grad 1, 2, 3, ne? E5, 6, 6! 6! 6! Oh, bock, bock, bock war derash! Den haben wir! Meine! Oh, inger?! Ich hab ja auch nicht den darunter. Ja, es geht aber um... darum wer den Ash kill bekommt... Nein, nein! Wir scheiden ja nicht um! Ja ich nehm auf Ja gut Karim Trunk Was ist los? Oh, Heizona auf der Midlane Es geht Waaaii Ja, danke Die Tower hat mich, die Tower WTF Tolly Wurfett Weck, weg, weg, weg Die Heimattür machen so'n Schaden Der Heimattür macht so'n Schaden Mach den Heimattod, hast du ult, hast du ult Hast du alles Er hat ult Und deshalb ist tot Wack, der Flasch da weg Der Flasch Alter, wie groß ist der Schlag bitte Hast du zu creme Was den Ködriff Man kann den Köder Was die Beach B Okay, wir waren jetzt hier Das ist auch,b恭喜 Ich will die Aggel haben Fullue Wurfett Genau, komm doch noch zu mir! Ich wollt's gar nicht, ich wollt wegschleppen! Paul, lass es! Nein! Nein! Wir sind so pro! Auf die Plätze, fertig, los! Status kommt zu dir, Alex! Wo ist dein Schurrl? Schurrl? Ähm, von dem Sonja? Seelen! Und den Seelen, würd ich sagen. Ja, du hast... 120 AP-D. Ja, noch mal pro Wort, ne? Ja, haben wir auch. Irgendwo. Das Sweepwits. Ja, was über Botlane pushen dann vielleicht? Not Dei. Äh, Banshee, switch! Banshee, Fleet, 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 Fleet! Hä, lol! Ich hab keinen Schaden bekommen! Ey, kann jemand von Base? Ich hab keinen Schaden bekommen! Du warst auch ein Banshee Spezialist! Oh, ups! Ich hab's vergessen! So richtig! So richtig! Bei mir lebt's hier ein Minion! Da ist noch bei mir ein Minion! Bei mir lebt's auch rum! Ja, bei mir auch! Aber das sind jetzt nicht gerade Sachen, die dich interessieren sollten! Ja! Wie hier gerade am Deffen sind! Das ist eigentlich das hier jetzt! Oh, oh, guck mal kurz die Toplane, ne? ja gut hey cool wir haben Action Tower ah die müssen back oh oh richtig gut richtig gut richtig gut das heißt wir müssen jetzt pushen die haben zwei Timer die haben ja okay die erste Fehler aber die Äscher ist wirklich nicht richtig kann man das rechtlich von unserem Board hält nicht so viel aus nun er ist ja Toria der Welt hoch holter alter Gottes sind zwei die musste ich versuchen die Akku zu ziehen perfekt und 3 ich helfe erst mal kurz ja es wäre nicht schlecht also drei Alex ich zwei Alex an Alex der Weg nur mehr das nicht ich sollte weg Spektor er wird auch er darf nicht fallen ich weiß nicht ob sich lohnt ob ich nicht immer ich gerne als ich halt genommen nein zum Monat das war ich nicht da bleiben soll ich habe ich nein du hättest nicht da bleiben sollen es wäre gut so ich habe versagt ich hätte darauf achten sollen dass die alle wieder leben aus der Heimler jetzt okay wir sind trotzdem zu viert und die Fänden können wir ja bleibt hier ganz ehrlich in solchen Fällen wäre Revive ganz schön ja im Late Game macht das erst richtig Sinn halt ja aber es kommt selten zu 72 Minuten Games ja LSC da auch nicht selbst da ist es selten ich fühle einfach fast jeder von uns entweder ein Banshees oder ein Guardian hat oder beides ich habe keins von beides oder beides was erlebt du kannst dir echt mal ein Guardian holen mhm gerade wenn du Backdown willst doch eigentlich wäre es super wenn ich Backdown macht das noch weniger Sinn weil ein Guardian ähm du stirbst alle warten du kommst wieder und stürzt und Backdown macht es keinen Sinn aber um generell ist es sehr cool wenn wir in einem Teamfight jetzt über 400 Alex wir haben über 400 vor mir doch wieder zu haben ich natürlich nicht ich habe ich auch was er und ob 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 ja on my way Alex ich habe null für dich Alex Alex du schuldet ja ok WTF wo kommt der Damage her die Ash ist langsam doch ein Fred ja die sind natürlich auch voll wild der Sat kommt da weg Matsch guck mich an ich habe ein Guardian oder war das denn Guardian oh ja so wenig Grr bei Null jetzt trau nicht komm da weg geh da weg der Sat was machst du Leute wo seid ihr ja Tots in einem ich mein jetzt Cut Alex und was nicht gesehen Eki ok ja ja ich war tot ja außerdem auch ich hab die Guardian Leute das heißt trotzdem sorry ich dachte ich bin ein Heimer bekommen WTF äh der Heimer muss weg der Heimer muss weg ja ist er denen grad scheißegal das ist die Ash unterschätzt die Ash ist pulver das ist auch trotzdem nicht dumm er macht die Hälfte viel auch nicht zu machen alles da auch er naja ich hab was jetzt gern wegen der Brüssel Spock das Heimer das Spiel wird trotzdem da war es macht die Sona der Bauer und Rebellen